Der Blutdruck kann an den beiden Armen gemessen werden, wobei der Wert aufgeschrieben wird, an dem er höher war und an diesem Arm wird normalerweise der Blutdruck gemessen. Die Blutdruckmanschette legt man am Oberarm an. Der untere Rand der Manschette sollte sich 2 bis 3 cm über der Ellbeuge befinden. Um den Blutdruck messen zu können, lagert der Patient den Oberarm entspannt auf Herzhöhe. Mit einem elektrischen Blutdruckmessgerät ist das Blutdruckmessen viel einfacher. Jetzt brauchen Sie nur eine Taste zu drücken. Der Patient sollte sich vor der Messung mindestens 5 Minuten lang ausruhen. Das Radio und der Fernseher sollten ausgeschaltet sein. Der Blutdruck sollte morgens und abends zur gleichen Zeit gemessen werden. Sowohl rauchen als auch Kaffee trinken können die Messwerte verfälschen. Wenn der Patient Blutdruck senkende Medikamente einnimmt, sollte bei ihm Blutdruck gemessen werden, bevor er das Medikament einnimmt. Notieren Sie nach dem Messen des Blutdrucks den Wert und informieren Sie sofort den Arzt, wenn der Wert zu hoch oder zu niedrig wird. Hallo alle meine Zuschauer, ich habe von Firma Sinocare ein Blutdruckmessgerät zum Testen bekommen. Ganz besonders habe ich mich über das Modell AES-U181 interessiert, das ich in diesem Video verwendet habe. Das Gerät habe ich einige Tage normal benutzt. Ich habe nichts gefunden, was mir an diesem Gerät nicht gefallen hat. Das Produkt selbst misst zuverlässig Blutdruck und Puls. Es hat einen kleinen Lautsprecher eingebaut und informiert in englischer Sprache über die Messwerte. Ich finde das persönlich interessant. Der Sprachmodus kann auch ausgeschaltet werden, wenn jemand möchte. Der Link zu diesem Produkt und weitere detaillierte Informationen findet ihr unter meinem Video. Ciao!